Musik Dass die Damen der Wasserfreunde Spandau auch ihr sechstes Saisonspiel gewonnen haben, sollte keine große Überraschung sein. Gegen den ETV Hamburg sorgten sie mit einem 22 zu 7 am Sonntag für zwei weitere Zähler auf dem Konto. Im Großen und Ganzen war das Spiel sehr gut. Wir waren taktisch, schwimmerig und technisch eindeutig überlegen. Und ja, es ist das, was wir wollten. Ein Sieg, zwei Punkte. Ein Sieg der Hamburgerinnen wäre mehr als nur eine Überraschung gewesen. Die Dubelsiegerinnen aus Spandau spielen in Deutschland derzeit außer Konkurrenz. Sechs glasklare Siege und eine plus 69 Tordifferenz lassen keinen Zweifel daran, dass das Dubel in diesem Jahr verteidigt wird. Das erwartete Torfeuerwerk gegen die Tabellen-Schlusslichter aus Hamburg blieben die Spandauerinnen nach dem Anpfiff nicht schuldig. Nach den ersten acht Spielminuten hatten sie mit 7 zu 1 bereits für klare Verhältnisse gesorgt. Vor allem schwimmerisch waren die Berlinerinnen einfach schneller und erspielten sich so immer wieder 1 gegen 1 Situationen vor dem Hamburger Tor. Die Gäste konnten bis zum Seitenwechsel zwar auch vier Tore erzielen, mehrere Würfe scheiterten jedoch an Torfrau Viktoria Chamorro. Kurz vor der Pause mussten die Wasserfreunde dann noch einen bitteren Ausfall verzeichnen, jedoch nicht im Wasser, sondern am Beckenrand. Rote Karte für Trainer Marco Stamm. Wir haben versucht eine neue Taktik, die wir ein paar Tage zuvor einstudiert haben, eigentlich umzusetzen. Es hat noch nicht ganz funktioniert, dann auch noch mit der roten Karte von unserem Trainer. Von nun an hatte Simone Kentschik das Kommando. Am Spiel änderte sich aber nichts mehr. Auch hier waren die Wasserfreunde die spielbestimmende Mannschaft und erhöhten bis zum Ende des dritten Viertels auf 20 zu 4. Ja, spannende Spiele sehen sicherlich anders aus. Das große Ziel der Wasserfreunde ist daher die Qualifikation für die Champions League, die man im vergangenen Jahr in der Euroleague noch knapp verpasste. Wir versuchen es nächstes Jahr wieder und da hoffen wir aller guten Dinge, dass wir dann natürlich weiterkommen und dann auch einfach nicht nur den Liga-Betrieb haben, sondern auch einfach internationale Spiele, wo wir uns deutlich mehr verbessern können. Leicht wird das sicher nicht, denn die europäische Konkurrenz ist und bleibt sehr stark. Gut, dass genau das der Ansporn der Wasserfreunde Spandau ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.